Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von StarTube Valley. Ich hab euch lieb, ihr habt mich lieb. Hier liegt ne Boxershot rum. So muss das sein. Jetzt seh ich grad nen Fehler. Kann ich hier... Ups, das war Ultra Buggy gerade für mich. Ich seh das nicht, das... Ach, das ist so blöd. Okay, ich seh es aber nur so teils. Ja, muss ich den Chat ein bisschen höher machen. Sorry Leute, ich bin im Livestream. Auch, schaut ihr unten rein, da seht ihr, wenn ich live bin. Immer Wochenende, StarTube Valley. Hm, okay. Aber das läuft, ja. Ich muss da sicher gehen. Wetterbericht. Morgen wird's sonnig. Hallos! Dökani, alles gut? Morgen wird's sonnig. Okay. War Saga. Wie sieht's aus? So ein bisschen. So ein bisschen Glück hab ich. So ein bisschen. Ah, morgen ist der Ballon da. Aber ich hab nicht genügend Geld noch. Hm. Was steht hier? Hallo, es ist gerade Brumbeerzeit. Die Büsche sind voll mit Ihnen. Ich würde auch gerne ein paar pflücken, aber ich habe meinen Kopf verloren. Kannst du helfen? Linus. Ah, jetzt muss ich... Okay, Linus. Mach ich. Für Linus mach ich das gern, ne? Kleine Ball... Kleine Ballonfahrt mit Sonnenschein. Ja, war... Äh, Lecani. So, hier ist noch der Komet. Will ich den abbauen? Überhaupt? Der wird sich hier gut machen. So als Deko. Okay. Zuerst mal... zu unseren Pflanzen gucken. Zu den Tieren. Ja, ich... Oh, Tomaten sehen fertig aus. Ah, das sind keine Tomaten. Das sind Reiselbeeren. So. Nehme ich gerne. Miauts. Katzi ist auch da. Ah, Kire kurz. Ah, aber ich lieb. Was war mein Ziel jetzt? In dieser Folge? Habe ich eins? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich sollte... Ich wollte hier... Ich wollte hier... Nein. Okay. Habe ich das schon gestreichelt hier? Habe ich dich noch nicht gestreichelt? Nein. Okay. Ich dachte ganz kurz, ich habe die nicht gestreichelt. Nein. Will ich nicht. Oh, hier ist kein Futter mehr. Ich brauche unbedingt... Ah, es wird hier ausgebaut. Das ist auch gut. Käse. Produktion. Okay. Linus. Sollte ich ein paar Bären mitnehmen? Äh, hier noch Kühnereier. Hier ist er auch. So, um das Futter kümmere ich mich gleich. Nein. Ich hoffe, der Ton passt. Kannst du mir das sagen? Passt der Ton? Hört man alles? Das Spiel? Mich? Mich hört man, glaube ich, gut. Aber das Spiel? Oh, da. Für Linus. Dann bringen wir was vorbei. Danke. Vielen Dank. Jetzt sieht man den Chat auch wieder. Chat ist wieder da, Leute. Jetzt müsst ihr aufpassen. Gut, hier sind ein paar Würmer. Die nehme ich gerne mit. Daneben. Legendäres Schwerz. Linus. Bist du zu Hause? Wo ist Linus? Samsee? Oder du fühlst er wieder die Müllberge? Hm. Hier scheint er nicht zu stecken. Die Kühe hört man super. Die Kühe? Sind die zu laut? Habe ich das letztens abgegeben? Da. Hasseln, Nuss. Ich glaube, ich habe alles abgegeben, oder? Es fehlt nur noch der Winter. Linus. Mein Gut ist da. Wo steckst du? Das war hier unten. Okay. Ja, Holz. Ja, mir fehlt halt nur der Winter. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Reißelbeeren brauche ich nicht, ne? Kürbis, Melonen. Kürbis kann ich abgeben. Ich sollte noch Mais pflanzen. Dass ich da bessere Qualität vielleicht kriege. Melonen geht nicht mehr, ne? Obwohl, das könnte ich beides noch bekommen. Hm. Ich muss wieder ein bisschen aufholen. Mit dem, was ich hier... Okay. Habe ich abgespeichert. In der Großhirnrinde. Reih hätte ich mitnehmen können. So ein Giftpilz. Aquamarine. Okay. Und das mit Geld kann ich sowieso nicht machen. Ich brauche alles. Aber wo ist jetzt Linus? Wo treibt er sich meistens rum? So. Oh. Perfekt. Den Pilz brauche ich. Und Leute, äh... Dass ich das jetzt hier auch kurz erwähne. Wir haben, äh... Eine Abstimmung noch laufen. Gerade. Und... Da könnt ihr abstimmen. Wenig als erstes Heirater. Also schaut in Community-Tab rein. Und liked den Charakter, den ihr mögt. Momentan ist, glaube ich, Alex führend. Und Heli, glaube ich, auf dem zweiten Platz. Also könnt ihr... Wenn es noch aktuell ist. Wenn ihr das Video später seht, dann... Wird... Wird schwierig. Weg. Okay. Äh... Hier noch Oma. Schönes Buch. Muscheln. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nö. Hm. Okay. Zu Klin könnte ich gehen. Äh... Zu Klin. Wie heißt das nochmal? Mir fällt es gerade nicht ein. Wähl Abigail. Wähl Abigail. Äh... Meine Stimme ist Abigail gewesen. Das ist doch die mit den... Violetten Haaren? Die Gamerin? Die habe ich gewählt. Und Alex. Ich habe einen männlichen und einen weiblichen... Charakter. Ein Like gelassen. Aber ihr könnt natürlich auch drüber entscheiden. Ist ja klar. Okay. Äh... Was? Ich bin jetzt eigentlich nur die ganze Stadt... Die ganze Zeit durch die Stadt gelaufen. Nur wegen Linus. Hm. Wieso Alex? Der steht mit seinem Ball nur in der Gegend rum. Wieso? Einfach nur so. Weil ich ihn noch nicht hatte. Hm. Aus unbekannten Gründen ist die lokale Bevölkerung von... Seefische auf ein nicht mehr tolerierendes Niveau angewachsen. Ich brauche ein örtlicher Angler, der mir hilft, ihre Zahl zu reduzieren. Das könnte ich schaffen. Seefische. Hi, Varia. Seefische? Ja, dann angeln wir mal ein bisschen. Da muss ich eh weitermachen. Und, wie geht's, Varia? Alles gut? Gesund und Montag? Wen hast du gewählt? Und man sieht dich wieder im Chat hier. Da, irgendwo da. Ich seh das grad nicht. Alles fresh. So. Da haben wir ein bisschen Mais. Hm. So. Wo ist meine Angel? Wenn ich das so fragen darf. Hm. Was? Achso. Da, 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 da. Ich verkaufe das, glaube ich, jetzt direkt. Das, glaube ich, besser. Okay. Äh. Wo ist nochmal das Verkauf-Dings drüben? Ob das so klug war? Hierher? Alles wird schon passen. Verkaufe ich. Verkaufe ich. Ja, das behalte ich. Weg damit. Weg damit. Das kann ich auch wegpacken. Und das packe ich in die Kisten. Wen ich gewählt habe? Ja, von wem ich heiraten soll. So. Okay. Wird mich halt interessieren. Alex. Oh. Bin ich genau. Habe ich auch gemacht. Ich habe zweimal gewählt. Einen weiblichen Charakter und einen männlichen Charakter. So. Die gehen jetzt alle schlafen. Ist jetzt Linus endlich da? Und wo ist meine Angel? Habe ich die? Die habe ich nicht dabei. Wo steckt die? Wo habe ich die? Wo habe ich die? Hier. Okay. Perfekt. Gehen wir jetzt ein bisschen angeln. Das wird jetzt ultra spannend. Wie ich da ein paar Fische raushole. Während es dunkel wird. Aber was heißt reduziert? Ich schaue mir das mal bio. Fange 20 Seefischer. Oh. 20 Seefischer in sieben Tagen. Sollte. Ja. Das hat gut funktioniert. Ich gehe mal hier hin. Oh. Nein. Nein. Wir gehen da hin. Da sind gerade Blubberblasen. Ozean? Schon? Da steht ja Seefischer, oder? Okay. Warte, ich checke das mal kurz. Okay. Der ist ein bisschen kämpferisch. Ja. Komm. Werde ich nicht. Perfekt. Hm? Warte, ich schaue noch mal nach. Ja. Das sind die. Okay. Dann nutze ich das jetzt hier. So gut wie möglich. Ah. Die Schatztruhe hätte ich gern. Da können noch gute Dinge drin sein. So. Ähm. Lass mich nicht dem Stich. Gib mir. Einen Fisch. Und ne Kiste. Oh. So ne Truhe. Perfekt. Jetzt ist es aus. Mist. Okay. Ah. Ich kann mich grad schlecht auf den Chat konzentrieren. Warte. Ich guck gleich. Gucke gleich. Ich seh irgendeine Brille aus dem Augenwinkel. Du bist so smart. Gucke. Danke. Äh. Das checke ich jetzt nicht. Aber gut. Danke. Ja. Guter Fisch. Bewegt sich nicht. Clever. Ja. Ja. Es ist mir schon klar, dass es clever heißt. Clever? Ich bin doch nicht clever. Ah. Ja. Ich bin so froh, dass der Chat jetzt oben wieder geht. Aber ich hoffe, dass ich ihn nicht zu schnell eingestellt habe. Dass man auch sieht, was geschrieben ist. Und die Latenz sollte geringer sein als vorher. Hm. Hm. Okay. Lohnt es sich hier weiter rauszuwerfen? Mache ich jetzt mal. Ich will noch Energie sparen. Wegen Fische. Ups. Ich geh mal hier hin. Und maximal. Hm. 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 Es wird düster. Aber die Fische habe ich alle schon. Ups. Der ist easy. Brauche ich nicht mal was machen. Müssen wir uns jetzt benehmen, Lökani? Hä? Was? Ja. Wahrscheinlich. Ähm. Was? Sieben Zuschauer. Ui. Das ging heute schnell. Ui. Und der auch. Das ist ein schneller Fisch. So. Da. Da. Hier heißt mir. Ah. Kaum. perfekt dann ist das nicht mal gut doch das ist ein guter fisch okay das läuft gerade sehr gut ich habe glaube ich zehn mittlerweile sollte werden einmal geht noch dann gehen wir nach hause wir haben ja sieben tage zeit muss ich aber die fische abgeben ich habe euch im auge im augenwinkel komm ein fisch noch man muss ich laufen was ist das denn also schleim ja wie sieht es denn aus 9 habe ich erst ja okay fast gut linus müsste jetzt zu hause sein oder kann ich ihnen das jetzt geben linus ich habe linus heute den ganzen tag noch nicht gesehen wo treibt es sich wieder rum ab jetzt fertig habe ich noch zeit ja das sollte noch gehen so dass wir morgen noch ein bisschen geld mitnehmen das hier fische weiß ich jetzt gerade gar nicht ob ich die verkaufen soll oder nicht die glaube ich schon mal kurz checken wir mal okay dem muss ich abgeben den auch den nicht okay bisschen was habe ich abzugeben ab ins bett katja luna gute nacht bis zum nächsten tag tag im herbst wie wird das wetter morgen sonnig haben wir glück ausgeglichen sollte gehen sollte gehen hallo lukas in einer woche halten wir das volksfest ab es ist die größte veranstaltung des jahres die leute vom ganzen land her ins unsere bescheid städtchen ja gut du kannst deine eigenen da nehme ich bürgermeisters boxgeschäfts mit würde ich sagen so jetzt hier dann gewinne ich garantiert okay das sind hier was wollte ich jetzt eigentlich hier hopfen oder hopfen 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 so hier hier haben wir noch ein bisschen was jetzt soll ich ein bisschen was für tan auf behalten hm 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 ich gepflanzt habe oder das hier das kann ich hier abgeben lehm den fisch würde ich gerne behalten ich weiß nicht für was aber ich behalte mal den muss ich abgeben und den habe ich sonst noch was den pilz genau okay zuerst die kühe alles erledigen und dann geht's ab zur mission du wirst gemolken du wirst gemolken du wirst gemolken und euch alle habe ich einer da ist nichts ich habe ja auch das gras wächst nicht schnell genug ich hatte ein bisschen problem nicht essen käse produktion läuft das wirklich alles eine andere qualität hat und ich bin hier fertig okay ich kann mehr tiere jetzt muss ich mal nachschauen was das kostet das zeug gebe ich ab und dann ist das fertig das auch fertig aber der rest noch nicht okay habe ich noch mais weil mais bräuchte ich da mais genau perfekt gut ein bisschen mais so jetzt geben wir das ganz schmarrn mal ab in die wüste kann ich noch nicht fahren ich kriege erst nächstes jahr batterien oder und vielleicht sehen wir ja linus hier irgendwo rum schlamenzeln ich weiß es ja nicht ist alles möglich nix ist fix fisch würde ich abgeben und dem pilz ok den hier es fehlt mir dann noch einer stör wo kriege ich ein stör her auch sie dann war der eine fisch war glaube ich hier wenn es mich nicht täuscht genau ok eine muschel und ein pilz hier der pilz easy aquamarine kriege ich auch schnell zusammen das auch rotkohl kriege ich erst nächstes jahr oder entenfeder wird auch schwierig ok habe ich noch irgendwas ich schaue mal kurz nach ok nee perfekt alles abgegeben ah robin ich wollte eigentlich zu dir was ist heute dienstag hat sie dienstag frei das heißt ich kann jetzt hier nicht nachschauen was es kostet schade ich hast du schon das hast du schon das gassen gefunden gassenpuffel äh nee glaub nicht sagt mir jetzt gar nichts dinos bist du da dinos ist nicht da wo steckt der habe ich ihn schon wieder übersehen der ist doch meistens hier oben nicht blöd ein buch nein habe ich noch nie gefunden noch nicht gefunden ja ich habe schon mehrere bücher gefunden so verlorene bücher kann ich hier kurz nachschauen wo steckt das dann das linus steht an der terme schon da oben ach ist ja ein spanner ganz nett ne oh ich habe hier eine angel dabei kann ich zufällig das geht wahrscheinlich nicht da steckst du ja danke varia warte mal kurz dinos hier das wollte ich dir ja das ist ein großartiges geschenk dank dir das war doch kein geschenk das war eine mission oder oder habe ich die mission falsch verstanden dinos korb und bring ihn zu ihm zurück ach so den korb ah ok ich dachte ich muss ihn zu bären bringen ok der korb wo war der nochmal der war unten im wald sicher oder war der im alten wald keine ahnung er steht da leider habe ich jetzt kein sashimi das würde ich ihm was anbieten das war es mit der ersten folge vielen dank fürs zusehen lasst ein like und ein abo da würde mich auf jeden fall freuen wir sehen uns in der nächsten folge wieder hier unten seht ihr irgendwo die zeitplan für den live stream habe ich lieb wir sehen uns ja 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 Vielen Dank.